Hallo hier am Stand von APG auf der Messe in Frankfurt Pro Light & Sound. Mein Name ist Joscha Muschall von der Firma Cocosound in Freiburg. Ich unterstütze heute die Kollegen von APG hier am Stand, da wir das erste deutsche Unternehmen sind, die erste deutsche Firma, die sich das Uniline Line Array von APG angeschafft hat. Und um ein bisschen den deutschsprachigen Teil nach oben zu halten, hier bei den ganzen Franzosen bin ich mit dabei. So, und zwar haben wir hier jetzt das Line Array, das ist das Uniline, heißt es. Wir sehen hier eine Konfiguration mit zwei Downfields, vier Top-Teilen und drei 15 Zoll Single-Bassen geflogen in einer Cardioid-Anordnung. Und ja, dieses System haben wir uns Ende letztes Jahr zugelegt. Und was kann man dazu sagen, wieso hat es uns so überzeugt? Es klingt erstens super. Es ist super einfach auf- und abzubauen. Die haben sich wirklich Gedanken drüber gemacht, wie geht der Techniker damit um, was für Möglichkeiten hat er, um es irgendwie so schnell wie möglich aufzubauen, zu handeln und wieder abzubauen. Das ist schon super gut gelungen und es ist multifunktionabel einsetzbar, muss man sagen. Also man kann es in einer kleinen Konfiguration als Crownstack betreiben mit den drei 15er Bessen übereinander. Und dann drei Top-Teile drauf, kriegt man 500 Personen locker mitbeschallt. Dann kann man hier so dieses Setup würde jetzt für circa bis zu 3000 Personen mit den entsprechenden Bessen dazu locker reichen. Haben wir selber auch schon getan in der Rothaus-Arena im Zepfle-Club in Freiburg. Gentleman, sechs Top-Teile pro Seite, drei 15er geflogen oben drüber und die entsprechende Anzahl an Subs. Und man kann sagen, es war kein Problem. Der Techniker von Gentleman hatte Spaß und war überzeugt vom System. Und was will man mehr? Das ist quasi ein erfolgreicher Arbeitstag. Dann ganz kurz nebendran haben wir noch das Matrix-System. Das ist für die sehr weiten Distanzen gedacht. Ja, das gibt es schon länger bei APG und ist aber auch ein sehr, sehr gut klingendes Produkt. Ich durfte es schon hören. Ja, soweit hier vom APG-Stand von der Messe. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und ich sage Tschüss. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.